Ich begrüße euch mit den Armen meiner unendlichen Weite und Lieben und lege mein liebendes Herz auf eures. Nun empfange ich euch mit den Flügeln meiner unbeschreiblichen Liebe für jeden Einzelnen von euch. Und um diese Erfahrungen zu sammeln, haben Seelenfamilien im Universum von unendlich vielen unterstieglichen Sternen ihre Kinder geschenkt auf diesen wundervollen Planeten, Mutter Erde Gaia, der der größte Schulungsplanet überhaupt ist. Um in Form gebrachte Ewigkeit das Menschsein zu erleben. Und so ist jeder Einzelnen von euch sozusagen aus dieser Einheit herabgestiegen. Wie manche von euch sagen, herausgefallen, um sich zu spüren, um sich zu fühlen. Um das eigene Licht auszudehnen. Um weitere Kreise auf der Spirale zu gehen. Auszeit. œianne. Auszeit. 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 Vielen Dank.